Ja, jetzt ist es die Aufzeichnung, also guten Abend an alle, wir gehen weiter mit unserem Hiob lernen, wir stehen auf Kapitel 2, Vers 7, ja, und Satan geht zurück zur Erde, die Hiob das zweite Mal, ehrlich, das dritte Mal schlagen, das heißt, die ersten zwei Schoße waren auf Kapitel 1, ja, die Schoße über Eigentum, über die Kinder. Ja, jetzt kommt Schoße auf die körperlichen Schmerzen und Leiden. Und wir haben gesagt, das Text behauptet zweimal, dass der Satan geht raus von dem Ewigen, und es ist nichts umsonst, ja, der Ewigen kann nicht übertragen, dieser Satan, ja, er ist ein Konzentrat von der Bösigkeit, ja. Gut, und auf Satz 7 steht, dass, und der Entleger ging weg von dem Angesicht des Ewigen, das, was ich habe erklärt, und schlug Hiob den bösen Geschwür von Fußballern bis zum Scheitern. Das, was genau ich habe gesagt letztes Mal, es war auch in diesem dritten Schoße zwei Arten, die erste Fußballern und die zweite Scheitern, ja, wir haben gesprochen, obere Teil vom Körper und unteren Teil, ja, das ist genau, was der gesagt hat, ja, zwei verschiedene Schoße, eine trockene und eine mit Flüssigkeit sozusagen. Und deswegen, er sitzt in dem Sand mit unteren Teil von dem Körper. Und er nahm sich eine Scherbe und sich damit zu schaben und saß in der Asche, saß in der Asche, das ist der untere Teil von dem Körper. Er nimmt die Scherbe, das ist der oberste Teil, ja, also kann man sich quasi ein bisschen saubern. Und da sprach sein Vibe zu ihm, okay, wie genau ich habe gesagt, das ohne Name, ja, der Vibe, das ist die, eine, heute sagt man im Internet, Nickname, ja, es ist wirklich kein, es ist kein Name, es ist eine Funktion, ja, das ist seine Verbindung zum Hiob, seine Frau, ja, aber es ist wirklich kein Name. Und haben gesagt, es ist mal passiert, es ist nicht mal, es ist immer passiert, dass die heiligen Texte geben uns Hinweise, wie betrachten wir diese andere Person als gut oder als böse, ja. In dem Fall, dass wir verstehen die Person als böse, es manchmal gibt kein Name. Das ist genau die Bestrafung, ja. Und diese Person, die hat eine Chance zum Ewigtum, um die Geschichte hingehen und nichts. Deswegen, diese Frau hat eine Nickname, Vibe von Hiob und nicht eigenen Namen. Gut. Und dass diese Vibe sagt etwas problematisch, noch hältst du fest an deiner Schuldlosigkeit, preise Gott und stirbt. Also, ehrlich zu sagen, Christentum hat ein bisschen diese Ideen genommen. Vor dem Tod von verschiedenen Leuten, die haben sie exekutiert in dem Mittelalter, die haben immer gesagt, diese Formel, preise Gott und stirbt. Das ist die, quasi, es ein bisschen hilft vor dem Tod. Es hilft nicht, ja, sie umbringen die Menschen, ja. Also, aber doch, die Idee ist nicht so einfach. Das heißt, trotz dem Tod muss man den Gott preisen. Und das viele Gönnen angenommen haben. Und Judentum nimmt das zur Idee, was sagt man vor dem Tod, falls er weiß, ja. Ja, es ist ein Gedui. Es ist ein Gebet, das steht im Glauben Gebur, mach so, im Todgebetsbuch. Aber prinzipiell, wenn weiß man, dass er geht sicherlich, oder denkt er sicherlich zum Tod, muss man diesen Text aussagen, wo Mensch soll seine, alle Geheimnisse, alle Sünden erklären, mindestens aufsagen und bereuen, ja. Und dazu, zum originellen Text vom Gebetsbuch, kann man frei hinzufügen, was er will, ja. Und deswegen, wie viele Juden, in der Mittelalter, ja, in der Shoah, falls sie wussten, dass sie gehen zu diesem Tod, sie haben dieses Gebet gesagt. Und auch in der neuen Zeit, in der Israelstadt, ja, die Soldaten, sie haben zum, nach dem Kampf, ja, zum sicherlich zu dem Tod gehen, sie haben diese Texte gesagt. Also, manchmal ist es passiert, dass die Leute liegen in der Krankheit, und dann sie wissen, dass sie gehen zum Tod, zwischen dem Koma und so weiter und so fort. Und so sagt man auch. Sagt man auch, das heißt, Geduld ist eine Entdeckung, sozusagen. Also, in diesem Moment gleichzeitig, diese Idee, preis der Glockenstiel, diese Idee ist eingeführt, also, der Mann sagt, der Gott ist groß, und der Mensch ist klein, und dies und dies sind meine Sünde, und ich bitte um Erklärung, um Verzeihung von dem Gott, ja. Und von den Menschen auch. Denn es ist eine Sünde gegen die Menschen, muss man auch, in der Wesenheit von diesen Menschen, muss man auch die Verzeihung bitten, ja. Also, diese Idee, preis Gott und Stil, ist eine existierende Idee, auch heute. Aber sie meint, was meint die Weib, die Jobfrau, welcher Teil von diesem Satz, es ist Hauptaussage von der Frau, preis Gott oder Stil? Es ist zwei Teile, 50-50, ja. Preis Gott und Stil. Was ist die Haupt? Nach seiner Ideologie, die Frau. Und das ist Stil so? Ja, ja, das heißt, was, natürlich, der zweite Teil, das ist der Hauptteil. Das heißt, die Frau fühlt das so arme Leben, die jetzt Jobfrau hat, es belohnt sich nicht. Das kann man nicht so leben und deswegen, es ist besser, sterben. Also, preis Gott gewöhnlich, ja, aber muss man sich nicht kämpfen um Leben. Ja, auch die Böse leben, ja, das heißt, die Gute sterben nach der Weib, besser von Dose leben, quasi. Die Jobfrau hat nicht unverstanden mit dieser Idee. Er will kämpfen auf, auch sein Leben und deswegen er scherbt sich und auch auf seine Ideologie, seine Glauben. Und deswegen, Vers 10, da sprach er zu ihr, wie eine, die Niederträchtigen redete. So redest du. Das Gute wollen wir annehmen von Gott und das Böse wollen wir nicht annehmen. Also, wie gesagt, dass die Job hat vermutlich richtige Vorstellung von dem Gott, dass alles kommt von einzelnen Wurzeln und das ist die Gute, die Gute, die Böse. Und das ist genau wie Prophet Iremia sagt, wie bald jetzt ist das Erebrosh Chodesh ab, und am Neunte ab, wir lesen wie diese Buch von Iremia, Prophet Eicha, die sogenannte Klageli von Iremia, und dort er sagt genau am Ende der ersten Kapitel genau diese Idee, dass die Gute kommt von dem Gott und die Böse nicht, eine rhetorische Frage. Das heißt, am ersten Tempelzerstörung, im 5. 6. Jahrhundert vor dem Null, wie viele Juden hatten genau diese Idee von dieser Weib gesagt, preis Gott und sag Tschüss. In welchem Sinn, der, derjenige, der hat überlebt, den ersten Tempel, König Salomon Zerstörung, die viele Juden hatten gesagt, es ist nicht Gott, es ist eine böse Gott, eine Antigot hat uns böse getan und deswegen wenn so, dann brauchen wir keinen solchen Gott oder Antigot und wir gehen raus vom Juden. Es waren viele, viele Juden, die wurden schon im Exil, nicht in Israel, in Babylon und das hören wir, diese Idee von die Propheten die sagen stark nein, das alles kommt von Gott auf die Böse und deswegen wir bleiben die Juden, die sagen nicht zum Jüdischen Region, zum Jüdischen Befolgerung, wir bleiben Juden, trotzdem die Böse Jüdischen das hatten wir uns erlebt, also das ist die klassische jüdische Antwort auf viele Böse das hatten wir erlebt, das gilt bis heute, Erste Tempel Zerstörung, Zweite Tempel Zerstörung, Requisition, Erfolgen im Schwa, die Böse in der neuen Zeit, also wir kämpfen um unser Leben, in diesem Sinn, Job ist ein Vorbild, er ist nicht abgeben, er will weiterleben, er will suchen, die Wurzeln nicht von der Böse, er versteht, die Böse geschah mit ihm, es will verstehen, wie Gott führt seine Welt, es ist verstanden auf Job, das kommt von Gott, es kommt von Gott und nicht von einem Antichrist, ich weiß nicht was, einem Witz Gott, also für ihn ist völlig klar, und dann er stellt weiter am dritten Kapitel, wie kann das dem Gott und schuldige beschossen, das ist ein Problem, er fühlt sich und schuldige, okay, bei all dem Sündigte Job nicht mit seinem Lippen, passen Sie auf, was es wurde gesagt über Job am ersten Kapitel und zweiten Kapitel, ob es ist die gleiche Satz, ob es die gleiche Phrase, ob es die gleiche Idee, vergleichen Sie, bitte, jetzt, also, wir vergleichen die Kapitel 1, die letzte Satz von Kapitel 2, 1, 22, und 2, 2, Kapitel 2, 10, ob es ist die gleiche, das wurde gesagt, Nein, nein, ist nicht der gleiche Satz, in Kapitel 2 steht nämlich bei allem sündigte Job nicht mit seinem Mund und und beim Kapitel 1 steht und Hiob hat nichts Törichtes. Okay, genau, also, die klassische Methode zum Heilgeschriften verstehen und analysieren ist eine Vergleichung, ja, also, vergleicht man quasi die gleichen Stellen, quasi die gleichen Texte und dann findet man, es ist kein gleiche überhaupt, ja, das heißt, zum Beispiel sieht man einen Traum, Pharaon, in der Tora, und dann er redet über diesen Traum zum Josef, es ist nicht gleich, ja, der Prophet redet über die eine Prophezeiung, das kommt bald, ja, und die Leute verstehen diese Prophezeiung, sie verstehen das nicht 100%, gleich, und genau hier, also, wenn wir finden, solche, solchen Unterschied, zwischen zwei ähnliche, aber nicht völlig 100% gleichen Texten, dort liegt der Schlüssel, was ist passiert, okay, also, es ist ein starker Hinweis, es ist eine starke Waffe, wenn wir vergleichen ähnliche Stellen, und falls wir identifizieren die Unterschiede und analysieren, das ist die Antwort, was passiert, also, am letzten Satz, ersten Kapitel, es steht, dass überhaupt, Höpf hat nicht gesündet, richtig? Ja. Seinem Herzen, seinem Kopf, und seinem Mund, ist völlig gleich, richtig? So ist die, so ist die Konsequenz, aber es ist nicht so im zweiten Kapitel, im zweiten Kapitel steht, mit diesem All, Höpf hat mit seinem Lippen nicht gesündet. Das heißt, seinem Herzen und seinem Mund sind nicht gleich. Also, dass unser Wasen schon identifizieren kann, das Text sagt das direkt, das heißt, wir wissen uns drei unterschiedliche Stufen, wie man denkt, also sagen wir Herzen, oder Kopf, Emotien, oder kalte Logik, ja, es ist auch ein Unterschied zwischen Emotien und Herz und einem kalten Kopf und Logik, aber sagen wir das jetzt zusammen, ja, also eine innere Denkung, das ist das erste Neuropa, zweite Stufe, das ist Aussagen, und die dritte Stufe, was ist gemacht, ja, was ist geschah im materiellen Welt, ja, also wie kann man übersetzen, sein Denken, Aussagen, und machen, ja, in kommunistischen Zeiten, ich noch erinnere mich als kleines Kind, es war ein Witz, ein trauriger Witz, dass in den letzten Zeiten die Leute denken etwa eins auf dem Herzen, Aussagen etwa zwei, und tun etwa drei, das war die kommunistische Zeit, auch im DDR, im Ostdeutsch, fast gleich Realität, also das ist genau dieser Witz, ein bisschen trauriger Witz, hat genau Begriff diese drei unterschiedlichen Niveaus, ja, Denken, Sagen und Machen, ja, und Ideals, in idealer Welt, diese drei Niveaus sind gleich, ja, das heißt, unsere Idee von dem Tora, von der Heiligen Schrift und von Religionen, auch von anderen Religionen, und philosophisch Stimmen nicht, der soll mein ehrlich und gleich 100% sein, zwischen seinem Denken, Aussagen und Schaffen, ja, also das ist unser Ideal, und das ist schwer, das ist schwer, es ist schwer, weil unsere menschliche Natur hat immer die Ecken, die Erklärungen, warum habe ich gedacht, anderes gesagt, und noch etwa getan, und deswegen Talmud sagt, dass die ehrliche Weise, ehrlich, richtiger Mensch, alles, was er hat, was es mit seinem Herzen beschlossen, er tut. Talmud bringt die Idee und Geschichte mit einer materiellen Welt, eine Weise von Talmud kommt zu jemandem, etwa einzukaufen, er hat sich gesagt, ich zahle über diese Esel, diese und diese So-Maschine, ich muss genau bezahlen, und es war wichtigste billige, und er konnte quasi gewinnen dieses Geld, aber er sagt, nein, ich bezahle genau, was würde ich bereits schon auf meinem Herzen bezahlen, ja, und natürlich, die Verkäufer wusste nicht, er sagt den Preis, aber die ehrliche, richtige Weise, was alles hat er mit sich selbst, niemand weiß, nur die Gott und er, auf seinem Herz, was hat er bereits schon bezahlen, er bezahlt, das ist ein klassisches Beispiel, dass die Menschen sind ehrlich und gleich mit seinem Herzen, liebten und äußeres Welt zu tun, ja, also, das ist natürlich klar, dass Chioop hat etwa gedacht, das heißt, der Text erweitert im dritten Kapitel und weiter, dass doch Chioop hat gesündet im Bekopf, ja, also, er hat etwa problematische gedacht über den Gott, über den Führungs in unserem WMTH, aber doch, er hat das nur gedacht, nicht auf die Lippen. Und jetzt ist die Frage, was fragen du uns, auf welche Kriteria die Gott richtet die Menschen, was machen sie, oder was denken sie? was glauben sie? Was ist entschieden? Denken oder machen? Was man macht? Ja, natürlich, die klassische Judentum sagt ein Million Mal, dass die Mensch ist nicht bestraft bei seinem Denken. Die jüdische 613 Geboten 99,99% sind über die Taten, über die Nicht-Taten. Tarmut verteilt zwei große Gruppen von den Geboten, von dem Mitzvot. Steh auf und mach etwas positive Geboten und sitz und mach gar nichts. Sitz auf dem Sofa und Fernseher. Auch wenn du sitzt und gar nichts ist auch schon gut. Du sollst nicht mörden, du sollst nicht ähberchen, du sollst nicht klauen. Sie sitzt, tue gar nichts. Das ist die Definition von Talma. Wenn du auch passiert, macht keine Böse schon gut. Es vielleicht nicht perfekt, hat gut nicht getan, aber doch, du vermeidst schon die Böse. So muss man auch zum Böse aufstehen und gehen. Das ist das klassische jüdische Welt Verständnis. Und es ist nur ganz einige und seltene Gebote mit Wort, die reden, was muss man denken. Welche kennen sie? Was muss man denken? Kein Götzendienst? Götzendienst ist zu tun. Du sollst nicht Opfern bringen, es ist doch, es ist Macht. Götzendienst tatsächlich ist zu tun. Aber sie haben Recht, muss man innerlich, auf seinem Herzen wissen, gibt es nur einen Gott. Das ist doch eine innere Idee, innere Wissenschaft. Nach Rambam ist Wissenschaft, es ist klarere Wissenschaft. Es ist keine Mystizismus. Es muss man wissen, gibt es einen Gott. Aber doch die manchen Formulierungen, die Götzendienst vermeiden, es ist gegen etwa tun. So sieht man im Tora und die Propheten. Also die Götzendienst nur 90% ist es doch etwa tun. Also nichts. Das muss man denken. Wie muss man denken? Okay, gibt es einige Gebote zwei, drei. Die erste und schwierigste muss man dein nächstes lieben. Das ist dein nächstes lieben. Also lieben ist eine Emotion, das kommt von innen. Gibt es ein Disput im Talmud, ob die Tora meint nur die Juden, ideale Menschen, aber prinzipiell ist es egal. Wenn die Tora versprach und vorgeschriff was muss man tun, es ist etwas anderes. Du sollst nicht Götzendienst schaffen. Du sollst nach Jerusalem gehen. Du sollst, du sollst, du sollst. Aber wenn die Tora vorgeschriff was muss man fühlen, das ist schon schwer. Also muss man wirklich sich vorbereiten und erziehen, lieben dein Nächster. Es ist einfach überhaupt. Deswegen Rebbe Akiva sagt, das ist der Hauptsatz, Hauptgebot im ganzen Tora. Du sollst dein Nächster lieben. Es ist von Baikrat, drittes Moshebet. Talmud formuliert dieses Gebot im umgekehrten Weg. Die Helele sagt, der alte Helele sagt, aber wir kennen auch den Satz, du sollst nicht tun, was hast du für sich selbst. Das ist umgekehrte Formulierung. Die Tora sagt, du sollst lieben, positiv. Der Nächste, der alte Helele sagt, du sollst nicht tun, was du gehst für beim Helele, er formuliert das zum Mach, oder mach nichts. Du sollst nicht machen, was hast du. Das ist einfach. Wie es Tora formuliert, ist schwieriger. Du sollst dein Nächster lieben. Lieben. Okay, das ist die eine. Und etwa ähnlich im Tora steht, du sollst dir die Proselyten lieben. Also auch lieben. Von den Kerzen. Jemand, der war nicht Jude und ein Jude bekommt. Es ist auch schwer, weil es ist ein Vorschritt zum was soll ich fühlen. Nicht was soll ich tun, was soll ich fühlen. Also diese zwei Gebote genau benühen, wie muss man denken. Wie muss man fühlen sich. Und das ist Ausnahme. Denn regelmäßig und gewöhnlich der Tora und ganz Judentum benühen sich, was muss man machen. Oder du sollst nicht tun zu deinem Nächsten was hast du selbst und so weiter. Also normalerweise wieder die Menschen beschätzt und beschafft und belohnt von Gott über seine Tat. Und jetzt klar, dass Hiob hat etwa gesündigt im eigenen Denken. Und kann das sein, nur wegen diesem Denken wurde er bestraft? Das ist die Frage. Das sehen wir weiter. Also aber klar, dass Hiob ist nicht 100% positiv am Ende des zweiten Kapital wie er am ersten Kapital erzählt. Dort er war noch 100%. Er war kein gesündigt in keinem Sinn. Aber hier schon teilweise ja, aber es ganz sauber wurde gesagt. Es war nicht gesagt, er ist nicht in seinem Kopf oder seinem Herzen. Im eigenen Leben hat er gesündigt. Und Talmud sagt von ja, verstehst du auch nein. Und was wurde gesagt, mit dem Lippen nicht, du verstehst auch nein, mit anderen Organen doch, etwa gesündigt. Also das ist die Talmud die Regel. Es heißt, Niklal kennt das schon her nach, von dem ja, du hörst nein. So ich nach dem Talmud. Okay, also und dann Vers 11, als drei Freunde Hiob hörten an dieses Allung Glück, wie ich habe schon gesagt, diese drei Freunde, sie wurden Propheten. Wie konnte man dann in antiken Welt wissen, was geschah zu jemandem? Kein Pax, kein Telefon, kein Internet, SMS, WhatsApp, gar nichts. Und noch, sie wurden drei gleichzeitig wissen, also sie sitzen in verschiedenen Ländern, diese drei Freunde und sie wissen auch gleichzeitig was geschah, sie wissen, was es geschah und sie alle drei, eigentlich vier, ich habe gesagt, es sind vier Freunde, sie aufstehen und kommen wie Hiob Trosten. Also, ich habe euch gesagt, eine Zitate, diese vier, sie wurden Propheten, klar, und auch Hiob, er ist auch mitgezählt mit den Propheten, weil er redet mit dem Gott und Gott redet mit ihm, also die klare Definition, Hiob und alle seine Freunde, die stehen in diesem Buch, sie sind Propheten, also diese fünf, inklusive Hiob selbst, sind alle Propheten. Okay, als drei Freunde Hiob hörten all dieses Unglück, das über ihm gekommen, kamen sie ein jeglicher von seinen Mörden, und das ist der Name. Eliphaz aus Teman, Teman ist Jemen, Teman ist gräisch Jemen, und Bildad aus Schuach. Okay, gibt es viele, viele Kommentatoren, wo ist dieser Schuach, Schuach ist auch ein Name, die kennen sie, kennen wir uns vom Tora, der Schick Ersten Buch, das ist irgendwie im Irak, und zu Fahrausnahmen, es ist auch, es ist Norden Syrien heute, also diese drei, und verbreiten sich zusammen, also sie treffen sich zusammen, nicht zu viel, ja, hinzugehen, ihn zu bemitleiden, und ihm zu trösten, ja, also sie kommen und treffen sich zusammen vor Schiob Hausbesuch und sie beschlossen zusammen gehen, hinzugehen und zu bemitleiden, also von dieser Tag wie umgeht man mit jemandem, dem Trauer befindet sich, jemandem hat verlieren, ja, also die, 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 so genannt in Chotz Machot, Gesetze von Trauerigen, ja, die Talmud lernt von diesem Buch, okay, ein bisschen wir lernen von Abraham, die hat seine Frau Sarah wird, ja, im Torah, im nächsten Torah-Buch, das heißt, das muss man schnell wie möglich beerdigen, ja, muss man im Trauer befinden sich, muss man weinen und so weiter, aber präzise, im Torah steht kurz, präzise Gesetze, sie stehen hier in diesem Buch, also da hören sie ihre Augen auch von Ferne und erkannten ihn nicht, also er ist völlig ein anderer Mensch, auch geistig, auch physisch, und sie erhören ihre Stimme und weinen, und sie zerrissen ein jegliches Sein Oberkleid, das ist, wissen Sie, was ist, was genau zerrissen Oberkleid? Die Talmud versteht, dass es ist eine Pflicht für jemanden, der verliert eine enge familien mit das heißt, nach dem Talmud gibt es acht Verwandte, acht Verwandte nach dem Talmud acht engeste Verwandte, das heißt, mein Frau, nein, Vater, Mutter, mein Frau, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester, das ist die acht engeste Verwandte, also das ist die engeste Verwandte, zum Beispiel die Opa und die Enkel, es ist natürlich auch Verwandte, aber nicht engeste, ja, trotzdem in der Tora steht, dass die Großväter sagen, die eigene Enkel als Kinder, und die Kinder erzählen über die Opa als Vater, es ist natürlich eine Liebe, ja, zwischen die drei Generationen, aber prinzipiell, die engeste Verwandten sind acht, ja, acht engeste Verwandten, also, nach dieser acht muss man sogenannte Kriya, Kriya, es ist eine Zerrissung auf Hebräisch, also muss man oberste Kleid ein bisschen zerrissen, und das ist eine äußerliche Tat zum unserer Schmerz, Kalmuth definiert das als Herz und Schmerz, Herz und Schmerzen, und deswegen, wenn jemand verliert, acht engeste Verwandte, muss man am Ende die Beerdigung, muss man wo ist die Herzen, okay, gibt es einen Unterschied nach der Mutter und Vater und der Herzen, nach der linken Seite, nach der rechten Seite, aber heute ist es alle zusammen machen, muss man 18 Zentimeter ein Teppach die besondere geeignete Kleidung zerrissen, also heute wie, okay, ich führe sie, sie kennen mich, ich führe die Beerdung, muss man eine besondere noch dazu ein Kleidung tragen, die Männer noch ein Hemm, die Frauen noch eine Bluse und dann zerrissen man und diese Kleidung er gibt zum ganzen Leben, zum Erinnern, das haben wir jemand verlieren, das ist unser Herzen Leid und der bleibt ganz im Leben, vielleicht nicht so scharf, aber doch, er bleibt, genau die Tat, was muss man tun, wie Talmud lernt von diesem Satz, diese Propheten hatten die oberste Oberkleid zerrissen und genau jetzt wird zerrissen am Ende der Beerdigung Talmud dazu sagt, dass wenn fühlt man eng mit jemand auch ohne ins acht engste Verwandtschaft sein, kann man auch zerrissen sein Kleid, das heißt, es ist schon eine Auswahl, es ist nicht verpflichtend, die acht engste Verwandtschaften müssen verpflichtend, zum Beispiel wie ein Schüler, der hat seine Lehrer, seine Rediner zu leben, jemand, beste Freund, ja, ja, manchmal, wir kennen unsere Welt, manchmal mit deinen Verwandten, wir sind hier so eng, und die Freunde, die verstehen dir gut, ist manchmal das wichtigste Beste, ja, also, das natürliche große Verlust von diesem anderen Tod, darf man, es ist kein Problem, darf man auch diese oberste Kleid zerrissen auch schaffen, aber es ist wieder auswahl, also, ich kenne die in Israel, die viele Enkeln, ja, sie machen diese zerrissen nach dem Opa oder Oma, ja, aber trockene Hase sollen nicht, wenn sie wollen, das können sie, okay, also, und sie zerrissen an jeglichen sein Oberkleid und steuern den Staub über ihre folgenden Himmelwärts, okay, heute machen wir nicht so, aber jetzt, es kommt neunten Abend, und wir doch ein bisschen gehen nach dieser Idee, Staub, was bringt Staub, Staub, es ist eine klare Hinweis zum Traurigen, ja, etwa Böse, das heißt, was ist geblieben, Staub, ja, wenn jemand stirbt, ja, wir sagen, er bekommt mit dem Zeit zum Nichts, zum Staub, wenn es etwa, ich weiß nicht, was Tempel wurde zerstört und verbrannt, Staub, ja, also deswegen die Gesetze vom jüdischen Fasten, ja, wie fast man, ja, also muss man essen vor, und dann fastet am Montag 20 Stunden und dann auch das letzte Mal essen, wie isst man vor dem Montag, also muss man ein bisschen Staub mitnehmen, wie viele religiöse Personen, sie rauchen, also es ist kein Problem, mit Staub raucht man ein bisschen, da ist kommt Staub, also bringt man Staub, ja, mehr zum Essen, muss man nicht essen, den Staub, aber ich kenne auch Leute, die ein bisschen vermischen, Staub mit ein bisschen Ei, oder Kartoffeln, okay, also diese Idee kommt von diesem Satz, ja, der Staub, ja, der Staub, es ist zeigt, ob es etwa Trauer ist. Und sie saßen bei ihm auf der Erde sieben Tage, oh, zwei Dingen sagt uns die Heilgeschichte, saßen auf der Erde und sieben Tage, richtig? Also sogenannte Shiva, Shiva 7 auf der Grieche, die traurige Tage dauern genau sieben Tage, inklusive der Erdungstag, ja, also mit der Beerdigung, sieben Tage, also die erste und direkte und starkeste Trauerzeit, es ist erste sieben Tage, ich weiß, im Christentum, im Islam, es ist andere Ziffer, es ist im Morgen, ja, im Christentum, ich denke, das ist zehn und vierzig, also, so habe ich die korrigieren, korrigieren Sie, wenn Sie wissen, besser, also im Judentum, es ist sieben, dreißig und ein Jahr, sieben Tage, das ist die starkeste, der starkeste Vernunft tut man sich, also muss man nicht arbeiten und sitzen zu Hause, im Islamstaat, also sogar gesetzlich, informiert man einfach seinen Arbeitsbedarf, das sieben Tage und es ist gesetzlich garantiert, das kann man nicht arbeiten und gibt es eine Versicherung von dem Staat, dass man nicht erscheint, den nächsten Tag in Deutschland ist irgendjemand anderes, muss man privat eine Urlaubstage nehmen, ich habe das erkannt, mein Urlaub zu als Wanderer Binnen gearbeitet, das TSS-Zentrum versteht wie in Deutschland sogenannte jüdische Rote Kreuz in Deutschland, also unsere Sekretärin macht ihr Vater zweiter Tag sie hat erschein auf der Arbeit, wurde in Schock, das kann nicht sein, also muss man privat besorgen, dass der Tora sagt, die ehren die Mutter und den Vater, diese und zwar dieses Gebot funktioniert auch nach dem Tod vom Mutter und Vater und ein Teil sieben Tage sitzen, ich habe gesagt, ich wurde nach Ukraine gefahren und dort es war eine große Familie und die Leute unsere Gemeinde haben sieben gesessen also sieben Tage hat eine Wirtin seine Arbeit okay sie sind sehr trendig ich habe eine eigene Firma ich habe viel Arbeit und ich wurde gefragt und sagte ja es ist die Ehre die Mutter und Vater es begriffen auch nach dem Problem dann es ist 30 Tage sogenannte 30 30 Tage das ist schon durch diese 30 Tage kann man schon arbeiten aber viele viele Zeichnen auch sagen dass es ist ein Verlust in der Familie das heißt kauft man keine neue Kleidung rasiert den Mann sich nicht Frau geht nicht zum Frisor und so das ist 30 Tage und dann ein Jahr durch dieses Jahr muss man eine eine Nationale einen Stein einrichten auf dem Erberdigungsplatz wo die Verstorbene liegt also gibt es verschiedene Traditionen wann muss man dies schaffen in Israel ist es relativ schnell es ist schon 30 Tage in Deutschland ist es ein Jahr also in Deutschland gibt es ein anderer und so wegen physischer Umwelt ja um Klima das heißt in Deutschland muss man nehmen in Rechnung dass die Erde geht runter das nimmt Zeit also es kann zerstören wie diese Stein also deswegen warten wir ein bisschen ein rund ein Jahr manchmal ist es möglich wie Winter es ist ganz ganz schwer also es gibt verschiedene Traditionen aber jetzt ich habe gesagt ein Rebinder war im Deutschland von diesem Coronavirus verstorben und ihre Frau hat am siebten Tag schon diesen Stein eingerichtet es war sehr sehr schnell hier ist die Wohnung also der wie ich wurde ganz ganz überrascht aber es kann sein also das 37 ein Jahr sagt man auch ein Gebet sogenannte Kaddish Gottes Namen Heiligen das ist ein Text die auch die noch können sagen das kennen wie manche von den Gebet die Männer diesen Text sagen aber können auch Frauen sagen und deswegen muss man Arminian die Zähne Erwachsen jetzt ist ein bisschen das Problem sind manchmal öffnen manchmal geschlossen manchmal zehn kommen nicht drin ja also das ist auch eine Mutter und Vater Ehren die Kinder sollen diese Heiligtum Gottes Namen aussagen und falls es geht nicht dann muss man unterwiesen auf andere Personen das kann sein manchmal haben die Gebete in Deutschland nur am Wochenende Freitag Schabbat ja aber muss sagen es ist jeden Tag dreimal pro Tag das ist natürlich besser deswegen als mein Schwieger Vater meine Frau hat verstorben ich habe organisiert in Israel jemand hat diese Heiligtum gesagt jedes Tag nicht nur einmal in der Woche sondern jedes Tag und dreimal pro Tag ja ja und durch diesen ganzen Jahr kann man muss man begrenzen sich falls er hat Mutter und Vater verlieren und nicht freuen nicht froh befinden sich das heißt nicht Musiker hören und alles was er liebt nicht zu tun zum Beispiel was nicht was zum Konzerte gehen zum Fußball spielen Shows ja also die Mensch ist begrenzt also das ist im Kurz also und die wieder zurück zum Sat 13 sie saßen bei ihm auf der Erde das ist genau die Shiva das heißt am Shiva die ersten sieben Tage muss man niedrig sitzen ja also also sitzt man oder auf dem Boden oder auf dem Teppich oder einem niedrigen Stuhl gibt es solche ja aber das heißt hält man sich nicht nicht normal also und alles was Talmud klären das steht hier sie saßen bei auf ihm der Erde dazu Talmud sagt schläft man schläft kein Mensch ohne Kiste und so weiter also diese Gesetze genau warum erzähle ich das ganz weit das betrifft am Montag jetzt noch neun Tage also wir verhalten uns mit der Zerstörung der ersten und zweiten Tempel genau als wir haben jemanden verlieren in unserer Familie in unserer ängter Familie also die ganzen Gesetze traurige Gesetze wegen dem Tod und Verlust an Verwandte von uns begriffen manche auch die Tempel Zerstörung das heißt neun Tag das heißt neun Tag nämlich nur diesen Fasten andere Fasten muss nur man Fasten machen also trinkt nicht isst nicht alles andere es wird aber neun Tag es ist genau wie ein Gefühl in einem Leben wir sind quasi im Shiva einem Tag das ist Shiva der grauen Tag über die Tempel die zerstörte Tempel und wie wissen Sie das neun Tag ist ein kombinierter Tag von ersten und zweiten Tempel zerstörungen das heißt wir erinnern beides also von einer Seite der Text spricht über den ersten Tempel zerstörungen aber natürlich für uns wichtigste den zweiten Tempel zu zerstören weil es ist zeitlich nähe für uns das ist die direkte Konsequenz aber doch die jüdische Tradition hat zwei Tage geeignet zum einen einen Tag es ist neun Tag und ein bisschen zentral das heißt die erste Tempel wurde einen halbtag verbrannt die Brand gedauert mehr von 24 Stunden es war riesig geworden also deswegen wir uns jetzt neun Tage trinken kein Wein essen kein Fleisch und das dauert ein bisschen danach nach dem neun Tag auch halbes Tag vom zehntag also das ist sehr interessant dass wir nehmen den Tempel als unsere Verwandte und manchmal wir nehmen die Tora Rolle oder überhaupt als auch unsere Verwandte diese Verwandtschaft ist nur unsere enge Familie unsere liebligen engsten Leute es ist auch Verweiterung zum Tora und zum Tempel in Jerusalem die Tora gibt es noch Tempel nichts aber die Idee ist sehr sehr interessant dass wir betrachten als lebendige Körper auch die Tora Rolle Tora oder die Tora also und die dritte Teil und keine redete zu ihm ein Wort weil sie sahen dass der Schmerz sehr groß war also die drei Frauen die eigentlich vier ja die vierte die kommt plötzlich zweite Hälfte vom Hörbuch sie kommen sie zerstören Oberklein sie weinen sie sitzen auf dem Erbe und sie reden nicht bis wann bis der Trauernde ja die Person die hat Schmerz er öffnet seinen Mund also dieses Gesetz wird bis heute Begriff und gilt denn wir kommen Trost nehmen ja es war zwei Jahre vor war eine Redeemer in Deutschland wurde die sogenannte deutsche koscherliste er hat geschafft das noch im 18 noch sein Vater war in Düsseldorf in Hannover nach dem Krieg im 50 er war die erste die hat zusammen eine Liste was ist koscher im angewahlen geschickt nicht im koscher geschickt also er hat verstorben zwei und die fliegen nach Israel hat verstorben plötzlich und du kommst und du sitzt auf dem Teppich und du redest dich bis die Familie die Frau sie startet mit dich reden so ist das Gesetz also alles was steht hier ist interessant es ist nicht nur die philosophischen Ideen es manchmal auch direkte Verkannung die Macht also in diesem Sinn Kriot Buch es ist ein bisschen ein Führer zum Trauernden so zu sagen ok jetzt es ist Kapital 3 und wie Kapital 3 die schon die Freunde redden mit Hiob Kapital 3 4 und so weiter und dann wir kommen zurück zum Rambam Rambam macht das kurz es ist Kapital 22 und 23 wo Rambam erklärt was ist die Ideologie und Philosophie die alle Freunde und hier das sozusagen abkurzen uns weil es ist ganz ganz schwer von dem Text zu verstehen was denken diese Leute über diese Gottes Gerechtigkeit also das ist das ist das dritte Teil von dem Führer dritte Buch Kapital 22 und 23 also wenn es weg wird sie schickt uns diese Text also Kapital 22 und 23 vom dritten Teil und dann wir verstehen was ist die Glauben von allen Beteiligten diese fünf Propheten vier Freunde und selbst was denken sie über Gott und dieser Satan welchen Platz hat er und Gott ist die Bescheid okay die Fragen keine Fragen dann soll wir bitte schicken sie uns nächste Woche diese zwei Kapital die Vorlesung zusammen und dann hoffentlich ich denke es ist nicht genug keinem Unterricht zwei Unterricht wir versuchen zu verstehen was ist die Glauben von verschiedenen Propheten über die Gerechtigkeit Gerechtigkeit dann wenn es keine Fragen also alles Gute jetzt ist es Rosh Chodeshah angefängt also Talmud sagt verkleint man die Freude es ist doch kann man Freude nicht so viel also die klassische Entführer kann man nicht verheiraten an diesen Tagen das ist die Freude also nicht an diesen neuen Tagen danach gut also alles Gute liebe Leute und bis nächste Woche vielen Dank bis zum nächsten Mal vielen Dank alles gut wiedersehen wiedersehen tschüss tschüss tschüss